Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge StarCraft 2 2 vs. 2 auf der Sandigen Schlucht gegen den Ost-Teteo und natürlich den Strike-Who mit dem Mutibär und mir den Rob. Genau, mit dem, hallo. Ich bin der Mutibär. Nicht der Rob. Ich bin, glaube ich, der Rob. Denkste? Ich weiß es noch nicht. Bist du dir sicher? Ich sondiere mich noch. Was spielen wir eigentlich? Ach ja, Zufall Protoss. Zufall Protoss. Seht schon mal der Visevic-Match. Na, könnte man sehen. Äh, Spielermatch. Visevic. Visevic wo sowieso? Ja, Visevic. What you see is what you get, ne? Weil wir blocken ja nicht. Richtig. Könnt' wir aber. I need more Overlords. Ich glaube, ich spielst Doppel-Gate. Am besten kein Zeag. Das wäre richtig gut. Ein Terran. Okay, dann Terran. Der hat noch keine Dings. War der noch keine Dings? Weiß ich auch nicht. Das wundert mich ein bisschen. Jetzt baut rein. Du passt schon. Exeplost. Ne, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, zweites Gate. Ihr habt Licht geblieben. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt Licht gelügend Mineralien. Ein Gas. Kein Gas. Zwei Gas. Kein Gas. Noch ein Gas. Ja, hat auch noch eins. Eure Sonden werden angegriffen. Ja, die Fahrer brauchen wir gar nicht. Dafür habe ich schon mein Kubernetes dann vergessen. Das ist gut. Da hat es ja so guter Aussicht in den Gas. Dann war es doch nicht so schlimm. Dann war es doch nicht so schlimm. Ich will meine Echse blocken, die Sau. Eure Sonden werden angegriffen. Ah. Gucken ob die Echse. Einer hat auf jeden Fall geblockt. Das ist die zweite. Die zweite hat er geblockt bei mir. Ich wollte gerade Echsen. Das kostet hier aber auch ganz schön was. Krono boostet auf jeden Fall. Das sieht nach einem Cannon Rush aus. Das ist kein Cannon Rush. Das ist keine Ahnung was das ist. Erstmal brauche ich Pylonen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Auf jeden Fall kommt ein Lappen. Zwie Stück. Wir sind eins. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr benötigt mehr Westpingas. Ich hole das Krono. Ich bin... Aliens. Oh da kommt vier. Ich bin das. Wir sind auf dich anwiesen. Weißt du das? Oder eines? Oh ja. Ist nicht viel. Ich habe sogar meine Stalker behalten. Dann drohe ich noch weiter hoch. Kalt ist die Leere. Basis wird angegriffen. Forschung ab. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mehr Mineralien. Oh ne Widomeins. Verzeih mir den Widomeins. Widomeins ist schlecht. Ich habe seine Widomeins gesehen. Er ist dämlich. Auf in die Echo. Machst du ein Damage oder was? Ja. Machst du ein Lern. Das Spiel passt. Scheint. Das ist gut. Ich mache einfach nur Mako. Da sind wir dabei. Mach du Mako. Ich mache hier ein Damage. Das muss ich auch selber Mako machen. Kommt ganz viele Adepten wahrscheinlich gleich. Also ich habe viel Schaden gemacht. Ich habe einige Worker erwischt. Das ist sehr gut. Und einige heißt 5, 6, 1000. 5, 6 so leicht. Hopp. Aber die sind gelohnt. Oh. Ich holte den mal weg. Weil da kommt nämlich schon. Ich hoffe, dass das was da ist, kommt. Genau. Oh, ein Adapt. Da habe ich auch nochmal rechtzeitig erkannt. Ja. Ich sehe es. Ich schaffe es wieder. Ich habe die Tee da vorne. Alles gut. Wir haben einen Panzer. Ja. Ja, wirklich haben die Tee. Jetzt gleich nicht mehr. Die Depp sind drin, ne? Naja. Oh, rausschäden können. Ja eben. Die sind nicht so gut. Okay dann. Kannst du eigentlich versuchen mal anzugreifen. Komm, bring mir n kleinen Kram mit und werd oben mal reintroffen. Ich hab gerade vergessen, die jetzt zu bauen. Naja. Keine Angst, wir gehen auf jeden Fall aus, oder? Ja. Du lösst, genau. Das ist falsch. Das ist falsch. Noch mehr Oberloos. Noch mehr Oberloos. Sollten die Echo wegknüppeln alles, ne? Naja, ich wills. Willst du runter mit den T's? Mach's gut. Naja, mach ich gerade. Der scannt gerade oben. Oh, der hat aber. Ja, der hat aber. Du mein, du. Tu ich? Zu leeeet. Hat selber die T's. Ich bin das Herr. Amo ist dir gegen den? Ne. Indem wirs einfach kaputt machen. Wir können mal Gas einbauen. Ach schon, dass er meine Kurven um sich vor wurschtelt. Ich hasse das. Du sollst hier eine Basis bauen. Bauen Sie die Basis. Oder auch böse. So, NTTs. NTTs? Ich habe Overseer dabei. Ne, meine eigene TTT ist fast gestorben. Pass auf so einen Panzer und so einen Scheiß. Ich bin Nummer 1. Schießt. Bäm. Einen Rätseldecker haben. Ich bin ja auch vorne reingekommen. Ja, ich auch. Das war offen. Das war witzig. Ja, die waren nicht gut. Nee. Hat man schon gemerkt. Die waren nicht gut. Aber auch die A1. Das verstehe ich nicht, den Niveauunterschied. Tja. Aber wir bleiben die A1. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard oder so. Äh, in der nächsten Folge. Endcard haben wir ja nicht. Genau. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss. 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 Schanne。 Schuss. Sch usted wieder. Sade. Schu mit. Schui zu sein. Schu Side. Untertitelung des ZDF, 2020